so hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück wieder hier hinten unten hilfe aua nein weg ja dooferweise habe ich tatsächlich den alarm ausgelöst und muss dann jetzt zusehen wie ich hier irgendwie wieder rauskomme ich wette hier laufen aufgescheuchte wachen rum immer und überall und wahrscheinlich wird das nicht sehr einfach sein hier rauszukommen kann ich da rüber dass wir rauskommen bringt mir das irgendwas nein doch ich hätte die fallen entschärfen können super okay hey von hier oben könnte ich dir wahrscheinlich sogar k.o. hauen aber das wird nicht die einzige wache sein die hier rumläuft und sie werden alle alarmiert sein von vorne bis hinten okay wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus aha ich muss mich zusammenreißen sie sind zu zweit und sie sind schnell dummerweise ich muss meinen timer wieder stellen höhöhöhö man scheiße ich habe keinen plan wo die ah da ist noch was zum mitnehmen an mir kommt keiner vorbei hallo hauptsache den habe ich noch könnte ich euch abschießen ich meine jetzt wo ich sowieso schon alle alarmiert habe es ist ja eigentlich vollkommen schnurz was ich tue diese stadt raubt einem den verstand ob ein kopf geld auf den kerl ausgesetzt ist das stimmt ne das weiß ich sogar dass es auf dass eins auf mich aufgesetzt ist ich glaube 5000 waren das ne jemand wurde verletzt verletzt ist gut du wirst dich schon bald zu ihm gesparen was ja du auch das heißt jetzt kann ich euch nicht ausrauben hihihi danke ok legt wieder hin halt was war das achso das schließt war ja gut so auch was ne leider nicht aber immerhin kann ich dich jetzt vor allem im kopf ich hätte den zweiten auch k.o. schlagen können ich weiß ich habe das gesehen aber ähm ich muss zugeben dass mir die ganze sache ein kleines bisschen zu riskant geworden wäre jetzt habe ich hier nämlich schon wieder ein bisschen schiss weil hier vorne mit sicherheit auch ordentliche überwachung sein wird dachte ich mir schon dass die hier patrouillieren ich gehe einfach mal raus zumindest interessiert es sie nicht wenn hier Türen geöffnet werden das ist schon mal sehr viel wert shhhh er kommt wieder er kommt wieder nope 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 bitte hoch hier mir auch nicht speichern Kann ich hier raus? Oh, scheiße, ich muss das Schloss... Nein, muss ich nicht, muss ich nicht. Ich kenne den Weg raus. Und zwar hier lang. Nein, nicht durchgucken. Aufmachen. Aufmachen, bitte. Danke. Nein. 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 Schnell raus. Puh. Okay, hier draußen, die sind natürlich auch überall alarmiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Speichern. Ich bin so weit gekommen. Speichern. Warum speichert der nicht? Scheiße, Mann. Ich habe doch keinen Bock, den ganzen Mist noch mal von vorne machen zu müssen. Oh, da ist er mal. Okay. Der hat sich rumgedreht, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hierher. Los, 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 schnell. Huch. Okay. 26 Meter in diese Richtung. Heißt, ich muss hier hoch. Zack, 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 und weg. Die Nacht dauert ewig. Aha. Hallo. So. Einmal hier um die Ecke schwingen. Keiner da, sehr schön. Und los geht's. Gut. Geschafft. Oder? Auftrag erledigt. Hm. Den zweiten K.O.-Schlag von oben hätte ich eventuell noch hinkriegen können. Aber bis auf 10 habe ich hier fast alle Beute gefunden. Das ist sehr cool. Okay. 81 Prozent. Ja, ja, nicht übel. Nicht übel. 3000 finde ich erschwinglich. Keine alarmierenden Gegner sind in deinem Rücken. Was? Kehre alarmierenden Gegner nicht da rücken zu, sonst erledigen sie dich. Okay. Nesha, kannst du dir mit Aufträgen etwas dazu verdienen? Ja, ich bin schon fleißig dabei. Keine Panik. Mhm. Erstmal wieder Verheilung sorgen. Und jetzt habe ich mir Ja, ich habe hier so ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, ich kann jetzt quasi mit der Hauptmission ruhig weitermachen. Was ich auch gerne tun werde. Und wenn man sich erfolgreich durch eine so hoch, hoch überwachte, höchst überwachte Bank geschlichen hat, müsste man ja eigentlich auch hier mittlerweile klarkommen. Oder? Würde ich doch mal sagen. Muss ich wieder hier längs? Was ist das? Was ist das? Ha, gib mir das. Hehehehe. Schön, dass man sowas noch im Vorbeigehen findet. Soll der Nebel die verfluchte Watte verschlingen. Hui. Da... Wo komme ich denn da hin? Kundenauftrag. Handarbeit. Äh... Will ich den jetzt noch machen? Äh... Ja, komm. Ich habe den durch Zufall gefunden. Wenn ich ihn später machen will, dann finde ich wieder den Weg dahin nicht. Nach dem Abschluss seines Kapitels ist er jetzt abhängig von deiner Spielweise eine Belohnung. Diesmal sollte ich mir vielleicht angucken, was die Ziele sind. Zufall. Was? Zufall. Zufall. Nice. Was sind hier meine Ziele? Bleibe unentdeckt. Das sowieso. Führe fünf Taschendiebstähle aus. Modausbild ist cool. Ein Kill oder K.O. Schlag. Stehle alle Beuteobjekte. Okay, wenn ich mich schon entdecken lassen sollte... Ich kann eigentlich alle. Was Ektar verlangt, dass ich bei Alphonsos Schneiderei-Einbrecher meine mechanische Hand daraus hole, die angeblich ihm gehört. Das Ganze kommt mir verdächtig vor, aber die Beute könnte sich lohnen. Verstehe. Die mechanische Hand. Ektar Penner! Das ist eine Privatfeier! Bitte, Sir! Ich kann sonst nirgends hin! Wenn du in drei Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen! Eins! Zwei! Ich gehe schon, Sir! Ich gehe schon! Ich muss schlafen! Das Wetter schlägt um. Hm. Okay, das ist gemein, dass der jetzt da vorne steht. Hallo! Ich habe Facebook noch auf den Scheißen. Der knurrt der Magen. Kann ich hier irgendwo hoch? Da sind Glasscherben. Mit einem lebenden Aal. Okay, ich speichere mal. Nur für den Fall der Fälle. Hui. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Okay. Einmal. Zweimal. Um da ranzukommen, muss ich ihn wahrscheinlich nicht mal ausschalten. Weil das ja alles totale Blindfische sind. Aber, da ich einen Kill oder K.o. schlaß brauche, werde ich das hier einfach mal tun. Heyho. Und, dann weg mit ihm. Ab in eine dunkle Ecke. Wo dich keiner findet. Tschusch. So. Und dann darf ich zusehen, wie ich hier reinkomme. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Sch-sch-sch-sch. Scheißflaschen. Speichern. Nichts tun, ohne zu speichern. Okay. Inventar voll, aber das kann ich mitnehmen. Dankeschön. Hier kann ich wahrscheinlich wieder raus. Jawohl, Dankeschön. Hier ist ja gar keiner. Ich habe wenigstens mit ein paar Leuten gerechnet. Oh. Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig. Dafür kriegst du gar nichts. Gut. Dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt, halt! Nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. Hm. Hm. Oha, hier stehen viele Menschen rum. Ich glaube, der Sinn der ganzen Sache war, dass ich hier draußen da hochgehe. Glaube ich. Befürchte ich. Hopps. Zack. Gib mir das. Und. Das ist hier aber nichts. Nein. Fallen auch nicht. Licht aus, bitte. Danke. Oh, ein Bild. Ein Bild. Gib mir das. Guter Fund. Ja, finde ich auch. Schon mal fünf von dem Bildchen gefunden. Keine schlechte Ausbeute, muss ich sagen. Hui. Des Schneiders Schere. Und. Ahlbeißer Vertrag. Zack. Zack. Einmal du Schlumpsen. Mein Nacken schmerzt. Oh, das hört sich an, als würde hier jemand sein. Oh. Hilfe. Da rennt jemand gegen die Tür. Verdammt. Das war jetzt gerade irgendwie unheimlich. Oh. Hau Angst. Oh je, er ist nicht schön. Nein, kann man einmal speichern. Wenn es überhaupt noch was bringt, schnell zu speichern. Der lädt ja nie da, wo er soll. Ein Schlafzimmer. Und eine Toilette. Hehehe. Ein Parfum flacker. Flacko. Ich glaube, da geht es wieder raus. Erstmal bin ich aber noch nicht raus. Ich habe das Gefühl, als würde hier gleich jemand herkommen. Gibt es einen Lichtschalter? Das Wetter schlägt um. Ich hätte gerne einen Lichtschalter. Irgendwo. Gibt aber keinen. Der rennt weiter gegen die Wand. Sehr schön. Freut mich eigentlich. Da brauche ich mir um den schon mal keine Sorgen mehr zu machen. hoff' ich. Zack. Oh. Das sieht wertvoll aus. Schublade? Nichts als Racken. Hier ist ja ordentlich, was zu holen. Oh. Schlossknacken. Verdammt. Hoffentlich hört er das nicht. Und. Zack. Gib mir das, mein Freund. Gib mir das. Guter Fund. Hähnchen. Hähnchen. Und zwei Sammlerstücke mit einem Kundenauftrag. Das ist doch gar nicht ohne. Brief des Mechanikers. Oh. Die Nacht ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Okay, dann pflanzen wir uns mal hier in die Ecke und lesen eine Runde. Äh. Stimmt, den Arbeitsvertrag. Clockwise. Hector's Clockwise. Hector's Memoran. Wir haben einen Vertrag, Alfonso. Meine Arbeiter liefern dir zweimal pro Woche deinen Stoff. Vielleicht auch öfter, je nachdem, was wir von unseren Kontakten in der Wache bekommen. Es ist eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Okay. Äh. Alfonso. Entschuldige, mein plötzliches Verschwinden. Ich war nach meiner Meinungsverschiedenheit mit dem Baron gezwungen, unterzutauchen. Es ist immer noch zu gefährlich, persönlich mit dir in Kontakt zu treten. Bitte bewahre die Hand fürs Erste sich auf. Ich melde mich mit weiteren Einzelheiten, sobald es mir möglich ist. Hochachtungsvoll der Mechaniker. Also er sollte die aufbewahren. Warum soll ich die denn dann jetzt stehlen? Kann er die nicht einfach zurückfordern? Hm. Das riecht nach was, äh, komischem. Ja gut, ich war ja auch gerade in der Toilette. Dieb müsste man sein. Ja, ne? Zu dumm, dass ich so ungeschickt bin. Oh, blöd. Ich aber nicht. Bam. Danke, danke. Wie sieht's aus? Soll ich dich mit dem Kopf in die Toilette stecken? Ah, so fies bin ich nicht. Komm, ich lasse dich hier. Aber dann mache ich die Tür zu. Damit dich auch ja niemand findet. Okay, hier geht's runter. Da komme ich gerade her. Heißt, ich gehe hier weiter. Aber nicht ohne zu speichern. Ah, okay, hier geht's weiter runter. Hier bin ich in dem Verkaufsraum, richtig? Richtig. Okay, was mache ich jetzt mit den Typen hier? Der eine, der hier stand, ist wahrscheinlich gerade... Ich glaube, ich muss weiter runter. Ich versuche es mal mit weiter runter. Was macht der Lumpenschneider hier unten? Gute Frage. Nächste. Komm schon. Beweg dich! Danke. Bist du der Einzige, der hier rumrennt? Ich hoffe, es ist für dich. Offensichtlich, ja. Aha, Tresor. Sehr schön. Tresor ist immer toll. Einer meiner Zähne wackelt. Bams. Ach, ist das schön. Und... Gadab. Okay. Jetzt kann ich hier in Ruhe alles ausräumen. Es hört sich fast so an, als würde es gleich regnen. Ach nein, das war nur der Kleine. Alles gut. Hoi, Schere. Ähm... Oh, die Entwürfe sind echt schick. Muss ich schon sagen. Okay. Hallo. Herr Fonsos Arbeitsmappe. Nichts drin. Schade. Gucken wir doch mal, was in der Arbeitsmappe so drin steht. Stoffreißfestigkeit, Testwerkzeug, mechanische Hand aus Northcrest, Projekt O. Ha. Test 1, leichte Belastung, katastrophale Risse, Fehlschlag. Test 2, leichte Belastung, Stoffintakt, aber nicht mehr dienbar. Erfolg. Mäßig. Test 3, mittlere Belastung, leichte Risse, Fehlschlag. Mäßig. Fortschritt. Stoffqualität verbessert sich. Muss vor weiteren Schritten neue Lieferanten finden. Okay. Offensichtlich hat er das mithilfe der komischen Hand versucht. Warum auch immer. Ich check nicht ganz, was die damit zu tun hat. Aber egal, ich muss es auch nicht checken. Ich muss das Ding nur zurückholen. Mhm. Tut mir leid. Diese Hand ist kein Handschuhmodell mehr. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. Verstehe. Das ergibt durchaus Sinn. So. Einmal noch kurz umschauen. Da ist nichts mehr da, ist nichts mehr hier. Kann ich nicht raus. Ich würde jetzt aber wirklich gerne... Das ist ein tolles Licht, hätte ich auch vorher ausmachen können. Naja. Ich würde jetzt wirklich gerne noch in diesem Raum hier vorne... Irgendwas erreichen. Oh. Hey, joi, joi, joi. Soll ich ihn retten? Warte. Wo ist dein Tresorschlüssel, Alfonso? Steh auf, Alfonso! Halt dich zurück. So. Mensch. Du gehst mir ein bisschen zu weit. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, schade. Ich hoffe mal, er lebt noch. Zumindest kann ich jetzt hier in Ruhe die ganzen Sachen ausräumen. Und ich bin wieder bei 20 Minuten, aber das ist mir jetzt egal. Ich werde den Auftrag jetzt noch schnell zu Ende machen. Oder vielmehr soweit, bis ich hier wieder raus bin. Aber nicht ohne, dass ich hier wenigstens alles mitgenommen habe, was ich mitnehmen kann. Oh. So viele schöne Stoffe. Ah, der Register. Ja. Bringt er mir irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Die Kasse ist leer. Super. Mann, ho. Oh. Das lohnt sich ja gar nicht hier. Los. 100.000 Scheren hier mitgenommen. Der hat einfach gar nichts mehr, mit dem er arbeiten kann, nachdem ich hier raus bin. Okay. Ach, es tut mir ja fast leid, mein Freund. Dass ich dir hier deine ganzen Sachen wegnehme. Aber wenn ich schon mal hier bin, ich meine, so eine Gelegenheit darf ich doch nicht einfach verstreichen lassen. Kann ich damit irgendwas tun? Ähm, ups. Was mache ich denn eigentlich damit? Ah, das mache ich da. Okay. Ja. Ähm. So viel dazu. Hier draußen komme ich doch gerade her. Richtig? Da habe ich doch den Typen K.O. gehauen. Gut, dann kann ich ja hier auch wieder raus. Tatatata, tata. Zack. Gut. Raus hier. Auftrag erledigt. Hui. Oh, der Typ ist weg. Schade. Ja, ich möchte gerne in das Viertel betreten. Oh, cool. Ja gut, drei Taschendiebstähle. 92%. Das hat immer noch irgendwas gefehlt. Schade. Aber das war ein ziemlich leichter Auftrag. Finde ich cool. Hat Spaß gemacht. Besuche die Königin der Bettler, um Gold zu spenden, im Gegenzug, Geld zu Fokus... Fokus... Apropos Fokuspunkte. Ich habe da immer noch welche, die ich einsetzen kann, ne? Oder habe ich den schon eingesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich guck mal nach. Fokus Upgrades. Ich... Naja, einen Fokuspunkt habe ich noch. Fähigkeit Geräuschung von der Umgebung visuell zu orten. Fähigkeit, Gegner mit einem einzelnen Schlag zu betäuben. Visiere dazu im aktivierten Vorgesicht den Taser des Gegners und drücke R. Okay, die Fähigkeit habe ich noch gar nicht. Deswegen funktionierte das nie. Das könnte... Das beschleunige deine Aktionen im Kampf beim Zieren und beim Schlösserknecken gleich, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Das klingt geil. Das klingt sehr geil. Gibt mir das. Ja. Uhuhu. Keine Fokuspunkte mehr. Oh, schade. Da glitzert was. Hi. Brief mit letzter Warnung. Oh. Das will ich jetzt noch lesen. Und dann mache ich los. Stonemarket. Hör auf, mir aus dem Weg zu gehen, Molly. Ich habe dir das Geld vor Monaten geliehen und es ist höchste Zeit für die Rückzahlung. Ich warte auf dich am üblichen Ort in der Muddler's Row. Ich will dir keinen Besuch abstatten müssen. Okay. Get me please, thank you. Diese verdammte Stadt. Ha. Da hat wohl jemand jemandem etwas geschuldet und nichts zurückgegeben. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Verhungere. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ist mir auch vollkommen schnurzt, weil ich jetzt gerne den Party beenden wollte. Richtig? Richtig. Ich muss nur schlafen. Schnauze. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Das nächste Mal mache ich auf jeden Fall endlich mit der Hauptmission weiter. Ich habe jetzt erstmal genug Nebenaufträge gemacht. Das ist langsam erstmal, ne? Und so. Dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, kommentieren und bewerten. Nicht vergessen, abonnieren vor allem. Unten, na, Abo-Button. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich mal in die Infobeschreibung gucken. Infobeschreibung, ne? Unten in die Infobox gucken. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.